Guten Nachmittag, es ist wirklich gut hier zu sein. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen müde klinge, ich bin müde. Ich hatte eine schwierige Nacht mit wenig Schlaf heute Nacht, aber ich bin wirklich froh, hier zu sein. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass meine Freunde Matthias und Insa mich hierher eingeladen haben. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre her ist, dass ich hier war zuletzt. Ich denke elf oder zwölf, ja, aber bei mir nicht sicher. Also Matthias hat für mich gedolmetscht, aber wir haben bemerkt, dass das nicht gut funktioniert. Besonders wenn ich anfing mit Rumi-Gedichten. Dann tropfte der Kosmos aus seinen Augen und er hat das auch an mir gesehen. Aber ehrlich. Ich bin sehr dankbar für die Einladung von euch hierher zu kommen. Und ich habe es so verstanden, dass die meisten von euch hier bei Matthias und Insa lernen. Das gibt uns also eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur darüber zu sprechen, was meine Arbeit ist in generativer Trance, in generativen Selbst. Sondern wie es auch zusammen sein kann in einem Raum in Matthias und Insa Arbeit. Also wir haben das als eine offene Frage, wie sich das entfalten kann unter uns dreien. Und ich lade euch auf jeden Fall auch ein, diese Fragen zu halten. Und sie auch mit ins Gespräch einzubringen. Denn ich denke, wir stimmen alle überein, dass diese Idee von mehrfachen Beschreibungen eine der Grundvoraussetzungen ist für nicht fundamentales Bewusstsein. Wenn wir nicht dazu herabsinken wollen, unsere Arbeit in gewalttätiger oder fundamentalistischer Art zu verwenden, müssen wir sie auf einer poetischen Ebene halten. Das heißt, eine von mehreren Beschreibungen. Und während es sehr wichtig ist, eine präzise Beschreibung zu haben, ist es genauso wichtig, mehrere rigorose Beschreibungen zu haben. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir zu tun versuchen in der generativen Trance-Arbeit. Wie jemand nicht von nur einem einzigen Text lernen kann. Und diesen Begriff Text verwenden wir allgemein. Eine persönliche Erfahrung kann ein Text sein. Also jemand kann zum Beispiel sagen, ich wurde als Kind missbraucht, deshalb geht für mich das Leben darum. Eine Theorie ist ein Text. Ein bestimmtes Verhaltensmuster ist ein Text. Und was wir sehen ist, dass der Verstand tyrannisch wird, wenn er sich an einem einzigen Text festklammert. Denn etwas, was größer ist als der Intellekt, ist entscheidend für wirkliches Lernen. Und das muss durch den Text durchatmen können. Und deshalb ist eines der Kriterien, mehrere einander widersprechende Texte zu haben. So dass jemand sich in seinem Bewusstsein und in seinem Lernen freier fühlt. Ich möchte nicht viel weiter gehen, bevor ich Susanne vorgestellt habe, die hier die Stimme von Deutschland sein wird. Und sie ist außerdem an einem einzigartigen Platz, weil sie mit uns allen dreien sehr viel gearbeitet hat. Also sie versteht meine Arbeit besonders gut. Und ich vermute, wir können das auch über die Arbeit von Matthias und Inza sagen. Also kann sie auf einem ganz anderen Niveau übersetzen. So, thank you for coming here as a chance, ladies. Und lastly in my introductory comments, I just want to, don't go too far without saying, that for the first time in eight years, I'm proud to be an American. For the last years, I've had to say, I'm un-Canadian. I'm so happy about what just happened in my country. Ich bin so glücklich über das, was gerade in meinem Land passiert ist. Und es ist so schön, diese Energie wahrzunehmen, die ist so tief und auf so vielen verschiedenen Ebenen. Es ist geradezu wie ein dunkler Zauber, der jetzt aufgeplatzt ist. Also das bringt mich hier auf einer richtig schönen Welle her. Meine sehr Air-M Hause-Farmak existentialismus. Ich Hoje ist der Fall deszossens. Ich bin so glücklich über die Grütler. Ich wiedergebe viel über die Kofang fragen. Ich habe dich mal 들어� Be Mohammed-Farmak 울 creds,